Es war einmal Eine polit-satirische Märchenreihe von Isa Mitzer Hier bei Radio München Es war einmal Stille im Studio Die Luft ist dick im Studio Die Scheinwerfer brennen auf Markus hernieder Die leeren Publikumsreihen sind deprimierend Das Klatschgeld für die Publikumsstatisten ging bei den erhöhten Strompreisen aus Und außerdem redet dieser Gast schrecklich langsam Viel zu viele Pausen, zu viel Wortklauberei Wer hat eigentlich diesen phlegmatischen Lahmarsch in die Sendung gekastet? Normalerweise ist Markus immer gut vorbereitet Und wenn nicht, kann er sich an den Vorgaben der Senderrichtlinien entlang hangeln Wenn ein Gast diese Richtlinien überschreitet Dann unterbricht Markus ihn einfach Bisher ging das Konzept gut auf Aber gestern Abend ist er auf Tinder hängen geblieben Seit seiner zweiten Scheidung sucht er dringend nach einer neuen Traumfrau Eine, die ein offenes Ohr für ihn hat Oder noch besser, zwei offene Ohren Markus erträgt es nicht, wenn seine Gäste langsam reden Deswegen versucht er den Leuten rein zu grätschen, wenn sie Luft holen Um ein bisschen Dynamik in die ganze Angelegenheit zu bringen Da geht es gar nicht um Inhalt, da geht es um Adrenalin Markus Worte prasseln zalvenartig auf das Gegenüber nieder Eine Maschinenpistole im Dauerfeuermodus So wie früher bei den Gebirgsjägern in Südtirol Das waren noch Zeiten Der Interviewpartner, wie war gleich sein Name nochmal, ist ja auch egal Legt den Kopf schief, hört ihm geduldig zu und nickt empathisch Plötzlich fällt Markus auf, dass er selbst nicht zum Punkt kommt Ein Rollentausch hat stattgefunden Er unterbricht seinen Monolog Rutscht auf der Stuhlkante nach vorn Stellt irgendeine Frage Beugt sich dem Gegenüber zu Um sein Interesse zu signalisieren Und schweift erneut gedanklich ab Schon in seiner Jugend An der Südtiroler Klosterschule Konnte er es nicht leiden Wenn beim Morgengottesdienst Der Pfarrer ewig lang rumleierte Bla 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 Ohne Drive und Catchiness Einfach nur Dröge Warum überhaupt alten Herren zuhören Sein Vater hörte ihm ja auch nie zu Redete immer nur selber Und wenn er, Markus, sich mal mühsam das Wort erkämpfte Wurde er meist ziemlich schnell unterbrochen Ein kurzes Stechen zwischen den Lungenflügeln Lässt Markus zusammenzucken Etwas verkrampft sich dort Sein Therapeut hat zu ihm gesagt Er müsse dieses Kommunikationstrauma aus der Kindheit aufarbeiten Aber er hat einfach keine Zeit für sowas Das Stechen wird stärker Auch im Wehrdienst als Funker und Gebirgsjäger Musste Markus immer den Kommandos der Vorgesetzten folgen Deswegen liebte er die Momente Wenn er Funksprüche durchgeben konnte Wenn er die volle Aufmerksamkeit hatte Deswegen schob er das Over and Out Immer so lange auf wie nur irgend möglich Diese Erfahrung brachte ihn auf die Idee Zu Funk und Fernsehen zu gehen Um die Funksprüche etwas auszuweiten Markus merkt plötzlich, dass etwas nicht stimmt Es ist totenstill im Studio Er atmet die stickige Luft ein Und stellt fest, dass sein Interviewgast ihn fragend ansieht Markus rutscht unsicher auf seinen Sitz hin und her Er hat den Faden verloren Was wäre jetzt eine gute Floskel? Er kann ja nicht fragen Worum geht's nochmal? Markus wartet auf eine Ansage der Studioregie in seinem Ohrstöpsel Doch da kommt nichts Wahrscheinlich ist die Regie gerade auf dem Klo Koksen Markus überlegt, was er vor ein paar Minuten gefragt hat Er erinnert sich einfach nicht In seiner Ausbildung als Kommunikationswirt lernte er damals Sei dir immer über den Ist-Zustand bewusst Dann kannst du deine Strategie danach ausrichten Aber sein Ist-Zustand ist ihm gerade abhandengekommen Ein Sausen schwillt in seinem Kopf an Markus öffnet seinen Mund Und heraus kommt ein zähes Äh Markus hat es die Sprache verschlagen Er nimmt einen Verlegenheitsschluck aus seinem Wasserglas, um Zeit zu schinden Doch das Glas ist schon leer Verdammt Ein schmerzhaftes Gefühl von Sinnlosigkeit breitet sich in ihm aus Das fast leere Studio Die mit Tinder-Favoritinnen vollgekritzelte Karteikarte in seinen Händen Der Interviewgast mit seinem vorwurfsvoll fragenden Blick Wie in Trance erhebt Markus sich von seinem Stuhl und verlässt das Studio Die Regie hat die Misslage mittlerweile bemerkt und spielt Publikumsklatschen vom Band ab Der unpassend übermotivierte Applaus tönt Markus hinterher Er bemerkt es schon gar nicht mehr Er ist auf dem Weg zum Bahnhof Er muss nach Südtirol Jetzt Einen Tag später Ein paar Alpen dohlen, tirillieren, Kuhglocken bimmeln, sonst Ruhe Markus steht am Grab seines Vaters Lange war er nicht hier Nervös ist er Er hat einiges zu sagen, er weiß nur nicht, wo er anfangen soll Sein Blick schweift vom Grabstein zur majestätischen Kulisse der Alpen Eine Welle von Demut überrollt ihn Und plötzlich muss er weinen Die Tränen scheinen von überall her zu kommen Sie überfluten ihn, von innen und von außen Markus fällt auf die Knie, fällt auf das Grab Umarmt alles, was er zu fassen kriegt Und schluchzt wie ein Kind Viel zu selten waren sie gemeinsam wandern Bevor der Vater an Leukämie verstorben war Viel zu selten haben sie ihre Geschichten geteilt Und ihre Brotzeit und ihre Gefühle Ach Vater, ach Tata Viel zu früh bist du gegangen Markus schluchzt in die Erde und bemerkt, dass er versehentlich eine Geranie aus dem Grab entwurzelt hat Unbeholfen versucht er sie wieder einzusetzen Dabei erntet er verstörte Blicke der anderen Friedhofsbesucher Aber das ist ihm egal Er fragt sich, was sein Vater ihm jetzt geraten hätte Und während Markus die Geranie vorsichtig wieder eingräbt Vernimmt er, wie aus weiter Ferne, eine ihm sehr vertraute Stimme In den Bergen vergisst du all deine Fragen Markus hält er fürchtig inne Er lauscht, ob da noch etwas kommt Ein Gruß, ein liebes Wort Aber nein, das war's in aller Kürze Over and out Markus spürt in sich hinein und entdeckt Wohlgefühl bei der Vorstellung von Stille Also erstmal nix mehr mit Talkshow Er wischt sich die Erde von den Knien Richtet sich auf und verneigt sich vor dem Grab seines Vaters Er will gleich morgen los Er braucht einen Rucksack, Teleskopstöcke, neue Wanderschuhe Da kommt einiges zusammen Aber der Sender wird schon für eine kleine Auszeit zahlen Danke, GEZ Sie hörten eine Folge der polit-satirischen Märchenreihe Es war einmal von Isa Mitzer Jeden zweiten Donnerstag um 15.30 Uhr und um 18.30 Uhr Freitags in der Wiederholung um 8.15 Uhr Hier bei Radio München Hier bei Radio München